Ja Leute, willkommen zur dritten Folge von Minecraft Murani. Wie immer am Anfang natürlich den Vorspann, wo es darum geht, was wir in der letzten Folge getan haben. Und das ist heute auch wieder ganz einfach zusammengefasst, denn wir waren Farmen. Normalerweise nehme ich sowas nicht auf, weil das meistens halt eh immer das Typische ist. Ich meine eine Höhle runterbauen, teilweise Stripmine und dann bist du halt fertig. Ja okay, ich habe mir gedacht, ey, einmal muss ich es auf alle Fälle machen, weil gehört ja auch zu einem Minecraft Projekt dazu. Und ja, da weiter versucht Diamanten zu finden. Ob wir es jetzt geschafft haben oder nicht, schaut einfach in die letzte Folge hinein. So viel spoilern möchte ich auch nicht, weil sonst guckt es ja keiner mehr. Hallo. Ja und ansonsten haben wir noch den Terrariumkeller fertiggestellt. Und ja, das war eigentlich die letzte Folge zusammengefasst und deswegen wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei der heutigen. Wunderschönen guten Tag liebe Leute und willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Murani. Heute wieder mit zwei absoluten Legenden am Start. Hallo Jan und hallo Kino. Ich bin eine Legende, hi. Ich will sterben, hi. Der Goat ist natürlich hier der Werte Kino. Ich bin der Goat, ja. Genau, der Ziegenkönig in Person, so wie er sich gehört. Wie man ihn kennt. Hi. Hi, wie geht's denn so? Ich rede mit Jan. Ja, ich bin gerade beschäftigt. Ja, das sehe ich auch. Ciao. Weißt du, aus der Hotbar raus schlagen, sodass er nicht mehr craften kann. Na gut. Ich weiß nicht, was ihr beide heute so vorhabt. Für mich ist es klar. Kino, wir gehen jetzt erstmal in den Netau, okay? Ich gehe erstmal weiter zaubern, mein Schwert. Ja gut, dann mach das zuerst. Ich kann auf dich warten. Das ist... Ich habe keinen Lappesla zu, Liegtroddel. Haha. Jan, du bist nett. Jan, du bist sicher nett. Wie viel? Keine Ahnung, wofür braucht man? Eins, zwei, drei oder so? Eins, zwei, drei, wenn er... Ich weiß nicht, wie viel Level du hast. Ja, ich habe 18 Abos. Dann würde ich es sowieso nicht verzaubern. Ja. So, nimm es... Was ist denn nimm es, dass die Gliederfüße? Gegenspinnen. Das ist Bonusschaden. Das sind alle scheiße. Bonusschaden gegen Spinnen. Ja, warte kurz. Äh, nochmal. Probier jetzt nochmal. Oh, Schäfer eins. Ja, ich habe jetzt eine Farkel dahergesetzt. Komm, Schäfer eins mache ich. Passt. Ne, wenn man da nämlich, äh... Ich weiß nicht, ob du den Trick kennst. Auch an alle Zuseher. Falls ihr den Trick nicht kennt. Farkel vor die Bücherregale und dann wird der Zauber unterbrochen. Und ja. Somit kann man sich ein paar niedrigere Adjuntments holen. Sollte man die benötigen. Gokino, are you ready? Auf jeden Fall. Ja, dann. Du Bastard. Spindelt bei Mikkel. Ja, das ist, das ist, äh... Der, der, der zu dem Zeitpunkt gerade Einzige, der schon Folgen rausgebracht hat neben mir. Alter, was ist das denn für ein scheiß Ort hier? So, der hat das eingebaut. Ne, der hat sich eingebaut. Der ist... Doch, hat er sogar. Ich versuch mal Home. Oh, und er ist schon wieder tot. Gerade haben wir ihn noch gesehen. Alter, wann sieht Neverwreck denn so aus? Seit dem Update sieht er so aus. Es hat sich sehr viel verändert und da ist auch viel schon gebaut worden, sehe ich gerade. Hauptsache, hier sind irgendwo Lohen. Ne, da hinten läuft wer. Ich brauche Lohen. Warte mal kurz, warte mal kurz. Ist das... Das ist... Nein, 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 das ist ein... Das ist ein Picklin, glaube ich. Das ist ein Pickman, ja. Picklin. Gibt's ja auch. Das weiß ich nicht. So, ich schau mich mal. Ich bau mich jetzt da auf jeden Fall mal durch, weil ich will... Weil ich glaube nicht, dass ich mich mit dem anlegen will. Die sind nämlich relativ stark. Das ist ein Picklin. Das ist ein Picklin. Hab ihn. Kämpf du mal und ich hau ab. Ja, ich bin hinter dir, okay? Sag einfach mal irgendwas. Also, wie sieht denn der Snapper aus? Ja, der hat sich relativ viel verändert. Ach, du heilige Scheiße. Schau mal da unten rein. Sind doch irgendwo Lohen? Schau mal da unten. Sind das so kleine Mini-Gasts oder was? Ja, schon scheitvoll. Kommt sein, so. Ich guck mir da mal ein bisschen Quarz jetzt da ab. Ja, aber ich weiß halt echt nicht, wie wir die Lohn hinkriegen sollen oder wo wir die kriegen. Na, ich kenn das wohl bei einer Festung. Ich weiß nicht, was sich geändert hat. Ah, wo man die kriegt. Ja, okay, es ist eh logisch, tut mir leid. Aber ich hab irgendwie nicht so ein Gefühl, dass da gerade einer in der Nähe ist. Vor allem, wenn diese Picklins doch hier irgendwo herumlaufen, dann wird's echt gefährlich. Also, wollen wir jetzt riskieren, uns da rüberzubauen oder gehen wir doch in eine andere Richtung? Ähm, ich würde irgendwie eine Festung suchen. Also, in eine Richtung. Dazu glauben wir euch die nicht. Okay, dann gehen wir mal lieber, dann wechseln wir mal die Richtung. Vielleicht hat ja sogar jemand schon eine Festung gefunden, ja, doch bei diesem langen Gang. Das kann ja auch sein, eventuell. Ja, okay, ja, stimmt. An alle Kommentarschreiber bei mir an der Stelle. Nein. Helft uns unbedingt. Nein, 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 ein paar Wildschweine. Ich seh's. Aber wenn die Brennen laufen, die weg? Nehmen wir jetzt den Pigman, aber er darf nicht an. Achso, jetzt versteh ich's. Und, äh, die Kleinen, die verstecken sich hinter da, hinter ihrer, äh, hinter ihrem Elterntier. Sobald, äh, sobald sie angegriffen werden. Und die Mutter wird auch aggressiv. Sobald Gefahr im Busch ist. Ja, gut. Äh, da ist nichts mehr, das heißt, wir können weitergehen. Naja. Oh, Wildschwein. Ja, bei mir ist da leider relativ wenig, was mir weiterhilft. Ja, aber das greift mich nicht mal an. Da ist einfach mal ein Skelett, das einfach in die Magmablöcke reingelaufen und hat sich selbst geopfert. Rest in Peace. Ne. Rest in Peace an dem Skelett. Ja, ein gefallener Bruder. Oder auch tauschen. Hier ist einfach original nichts. Ja, bei mir auch nicht. Auf allem, ich kann da hoch zum Glück, aber trotzdem. Hast du dir gemerkt, in welchen Koordinaten das Ding war? Nein. Ja, super. Ich mach das gleich schon, dann hab ich zu Hause. Ah, geht das jetzt wirklich? Anscheinend schon. Wenn das so ist, dann bin ich zufrieden. Ich greif hier dieses Teil an. Hilfe. Ich hab da Wildschwein oben. Ein Wildschwein wäre, ist er noch einfach. Aber es traut sich, es traut sich, die runterspringen, das ist gut. Rett doch nicht weg, ihr scheiß Viecher. Hast du einen Bogen? Nein. Ah, wird doch mal Zeit. Drei Stück, ihr wollt mich doch verarschen. Vier, jetzt kommt noch einer. Brauchst du Hilfe? Ja, auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht, wo du bist. Ich bin gleich tot, 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 ich bin gleich tot. Ich hab's überlebt. Ach du scheiße. Das ist ein Thema, ich bin gleich tot. Ey, ich hatte ein Herz. Oh, ist das... Ist das ne Festung? Wenn du in der Haus ist, dann sagst du voll. Ist das? Ich glaub schon. Wenn ja, sag sofort Koordinaten. Also ich sehe auf jeden Fall die Brücke. Die typische Brücke, so. Hast du eine Festung gefunden? Ich habe eine Festung gefunden. Gut, welche Koordinaten? Minus 120, ach nee, Entschuldige, 120? Warte mal kurz, das würde mich interessieren, kann man jetzt sich irgendwo hin teleportieren? Ich setze hier direkt ein Home, wenn das geht. Set. Home. Festung. So, sag jetzt nochmal an. Geht nicht. Ähm, 120? Wie viele Homes hast du schon? Ich habe beide schon besetzt. Achso. Jawohl, ähnlich. Kannst du den anderen ja delete, ne? Nee, ich brauche ja beide noch. Ja, ist ein bisschen blöd natürlich. Ah, hier ist noch ein Schleim, cool. Geil, Schleim. Fuck. Ich lasse es nachzuviel. Was sind sie ganz... Links, rechts, überall. Oh ja, ein RIP. Ich probiere es nochmal da hinrennen. Willst du dich ausgehen in fünf Minuten? Boah, das war jetzt knapp. Der hat mich jetzt schon fast runtergeboxt, der Behinderte. Das behinderte Wildschwein da. Ähm, ja. So, hunderd... Ja, sind meine 29 Label wieder weg. Bist du über ein Gebirge gelaufen, Kino? Ich bin durch alles gelaufen. Durch in Lava-Sie aber nicht. Wer weiß. Jetzt schieb doch mal, du scheiße Lohä. Oh, ich brenne, ich brenne, ich brenne, ich brenne, ich brenne. Ja, wie oft noch? Hast du genug zum... Ich bin fast... Oh mein Gott, Federvoll. Ich hab mich gerade so... Hey, das ist eine Werkbank. Ich bin gerade keine Ahnung, wie viele Blöcke runtergefallen, aber Federvoll, 4 hat geklärt. Weil sonst wäre ich jetzt tot. Aber ich bin am richtigen Weg. Ich bin fast bei der 50 und die 100, da mache ich jetzt auch... Jetzt gehe ich auch dann noch ins Minus. So, die 50... Da ist ein Enderman, auf dich habe ich gerade gerade... Ich brenne, ich brenne, ich brenne. Auf dich habe ich gerade am wenigsten Bock, Enderman, wirklich. Bleib einfach da, wo du bist. Leichter gesagt, als getan. Gib mal ein bisschen Gas hier. Hast du Essen dabei? Ja. Ja, danke. Weil ich baue auf was. Ich habe ein Problem. Bist gestorben? Nein, aber sauf. So viel, so viel Piglins hier auf der Nähe. Weiß wie viele Lohnbeine wir gerade sind? Ja, ich muss kurz mit meinem Weg frei ballern. Ich glaube, ich brauche den noch Piglin. Ich glaube, ich brauche ihn. Ja, ist ein River Skelett 3 hoch? Ja, Tatsache. Geil. Und die kann ich ja so verknallen. Ich bin bald bei dir. Ich habe kein Essen. Fick die Zige, ey. Ja, bleib jetzt mal dort, ich bin fast bei dir. Aber trotzdem, sicher bist du. Also, sagen wir mal die Koordinaten. 100. Nein. 100, ja. 100. 50. Ja. Minus 388. Du, ach Gott. Was? Ja, okay, gut. Was? Ja, Missverständnisse halt. Wieso hast du Plus mit Minus verwechselt, oder was? Nein, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Nein, ein Herr ist aller. Ja, boah, ich so. Lauf, 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 lauf. Jetzt muss ich wieder in die Richtung marschieren. Ja, ich habe dir vergessen, meine Logik zu erklären. Im Normalfall sage ich als zweites niemals die Höhe. Weil die Höhe eigentlich weiß... Im Nimmer aber schon. Im Nimmer ist halt wichtig. Ja, das habe ich, äh, habe ich zum Beispiel auch im Meter so... Ne, das ist nicht, deswegen habe ich jetzt die 50 als die dritte gedacht. Ach, das ist zu dämlich. Es ist nicht dämlich, das kann passieren. Aber ich bewege mich mal, ich bewege mich trotzdem mal jetzt. Gut, also die 50 ist die zweite, die 100 hätte ich. Das heißt, ich muss mich jetzt... Ich warte jetzt hier auf dich, ich habe nichts zu essen mehr. Ja, kein Problem, ich muss, ich habe nur noch die dritte Achse, die Minus zu bearbeiten. Dann habe ich es. Kino-Kino-Rettungsaktion. Ist voll im Gange. Für die Legs übernehme ich keine Verantwortung und für Augenkrebs genauso wenig. So. Egal, was ich mache, er will nicht schlafen. Ich bin da, ich bin da. Da, 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 da. Also ich sehe hier gerade die Netherbricks. Alter. Eine schreckliche Festung. Ja, das ist, glaube ich, der Beweis, dass ich da bin. So, sag nochmal durch. 100. Ah, da bist du, da bist du. Hi. So, komm mit. Vielen Dank. Ah, ich gebe mir erst mal was zu essen. Wo bist du? Keiner mag TS, du bist auch eine. Hier geht es weiter, hier geht es weiter. So. Hier bin ich noch nicht gewesen. Okay, hier ist der... Können wir den Spawner ein? Können wir den Spawner irgendwie einbauen? Ja, fackeln, wenn du genug hast. Ich habe drei. Ja, okay, ich habe zwei, das reicht vollkommen. Einfach noch drauf und dann ist er eingebaut. So, und jetzt ganz, ganz wichtig. Äh, ich glaube, ich soll einen Home setzen. Oder? Ganz genau. Ich sehe noch einen Spawner. Wenn wir einen zerstören, Ja, aber den, was wir jetzt zugebaut haben, den lass, dann bauen wir den ab. Ja. So, jetzt müssen wir noch ein paar Wartzen finden. Ja, aber das... Ich glaube, ich weiß schon, wo wir die finden. Müssen wir mal kurz zurück. Ich blieb mir sehr, sehr stark ein, dass man vielleicht hier welche finden könnte. Ja, das vermute ich auch. Allein schon solche Treppen weisen normalerweise drauf hin. Buh! Doppelt! Ach, du Scheiße! Ja, hier, hier ist so ein Laberbecken. Hier ist ein Laberbecken. Das ist gut. Das ist sehr gut. Da vorne sind ein Wartzen! Oh! Halt mir den Rücken frei. Warte mal, habe ich die eingesammelt? Jetzt habe ich sie eingesammelt. So, du hast eine Lohnroute und... Aber wir brauchen noch mehr Blazers. Achtung, da hinten! Schaffst du's? Ich habe es geschafft, ja. Aber ich bin noch vergiftet. Ja, dann lass mich jetzt, glaube ich, im Vortritt. Ich habe eine gute Rüstung. Wir brauchen unbedingt noch weitere Lohn, weil du darfst nicht vergessen, das Ding zu aktivieren kostet ja Lohnstaub. Ja, das stimmt. Kiste? Lass mal die Kisten durchforsten. Ich brauche einen Sattel übrigens. Ja. Goldschwert, nee, ich nehme mal die. Die ist nämlich mit. Da war jetzt gerade nur ein bisschen Gold drin, nicht mehr. Oh, Dias! Nice. Ah, da war's. Dias und nichts mehr. Okay. Warf zurück. Ja, ich weiß halt nicht. Mann, schon wieder nur 16 FPS. Mann, es hört doch nicht auf. Hier ist nix. Das war Minecraft, Alter. Wie schlecht ist denn dein PC? Nee, es geht um was anderes. Allgemein OBS macht das möglich. Hier ist auch wieder nix. Alter, warum ist denn nichts hier in dieser Festung? Es gibt nur manche Sachen, die laggen. An der Overworld ist ganz gut. So, wollen wir die Treppe hoch? Oh, ich hab ne Luhi gehört. Ich hab ne Luhi gehört. Ich hab ne Luhi gehört. Da ist eine. Ja, ich sehe auch ein paar Luhen. Da sind mehrere. Da sind zwei. Der hat zwei gedroppt, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Ja, ich habe zwei. So, die Kiste. Drei Gold. Einen Sattel. Den kann ich dir dann geben. Ja. Und einen Goldharnisch, den brauchen wir hier nicht. Ja, und hier ist dann nix mehr. Ich brenne, ich brenne, ich brenne. Ich habe vier, ja. Gut, dann warte, da ist... Nein, nein. Das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht... Nein, nein. Ich hab... Warte kurz, warte kurz. Ich muss kurz mal die Backpack äh, aktivieren. Du musst hier alles hauptsache. Du hast das Schwert, die Blazes und die Warzen. Soll ich dir jetzt ab... Danach kommst du sofort zurück. Ja, aber soll ich dir... Ich hab keinen Platz mehr. Ich muss... Ich muss... Ich muss den Ding abbauen, weil da kommen jetzt gleich die nächsten Lohn nach. Scheiße. Ich muss mich kurz mal in Sicherheit begeben, dann kann ich... So. Ich baue mich kurz mal ein, warte. Tidapotier dich nach Hause, bitte. Gleich, gleich. Ich aktiviere kurz mal die Backpack, okay? Ich habe mich kurz eingebaut, aktiviere die Backpack und hole den Stuff. Okay. Ich muss ja kurz mal ein komplettes Inventory leeren. So, die Brustplatte brauche ich noch. Das brauche ich noch. So, und jetzt fuhre ich mir den Stuff. Ich muss ein paar Sachen wegwerfen, glaube ich. Der Hauptsache, du hast mein Schwert, die Blazes und die Warzen. Und das Sehensand. Mehr brauche ich gar nicht von den Sachen. Oh shit. 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 Alter, ich dachte gerade, das wärst du gewesen im Chat. Alter. Nein, 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 nein. Ich muss nur kurz gerade den Spawn einbauen. Ich muss kurz ein paar Sachen auf alle Fälle wegwerfen. Äh. So, Netterwassen brauchen wir. Den Seelenjahr da hole ich weg. Da ist ein Schwert. Bruchstein brauchen wir nicht. Schwarzpulver brauchen wir nicht. Eisenholz lasse ich. Die Steinschaufel hole ich weg. Das Eichenholz hole ich weg. Knochen weg. Ding weg. Goldklumpen. Diorit. Sorry, Jan. Da ist der Goldhahn. Okay, ich habe alles gut. Äh, Slash Home. Ah, danke fürs Verpacktsein. Funktioniert nicht. Dann gehen wir von selber runter und wieder drauf. Vielleicht läuft es dann. Kann ich machen. Alter, jetzt ist gerade die Scheiße am Dampfer. Ich will das saven unbedingt. Ja, ich will auch das. Auch saven. Also ich habe jetzt insgesamt 10 unknown hosts. Was ist denn das jetzt wieder für ein Fail? So, bitte jetzt geh endlich nach Hause. Ja, danke. Bist du zu Hause? Ja, ich bin hier. Du bist mein bester Freund. So. Soll ich es reinschreiben auch? Was willst du reinschreiben? Dass wir mal Lohn haben. Kannst gerne machen. Dann werden sich die anderen auf alle Fälle freuen. Das ist klar. So. Ja, dein Schwert habe ich. Dein Ding habe ich. Ich weiß halt nicht so. Also ich glaube, der Rest ist dann schon zerbrochen. Komm auf jeden Fall zum Haus mal. Ja, ich komme. Wir teilen mal auf. Ja, Leute. Und an der Stelle endet dann auch schon die Folge. Wir haben jetzt am Schluss dann nur noch die ganzen Sachen sortiert und dann uns untereinander aufgeteilt. Wichtig war heute auf alle Fälle, dass wir die nötigen Lohn geholt haben und auch die Neterwarzen. Einfach damit wir einen Zaubertisch haben. Und der ist elementar wichtig. Natürlich dann auch für die Zukunft. Weil offen und ehrlich gesagt so ein Feuertrank, Feuerresistenztrank. Dann später, wenn man nochmal in den Neter gehen sollte. Schadet doch auch nicht. Weil soll es mal wirklich so passieren, dass wir in die Lava fallen. Dann kann man auf der Art und Weise auf jeden Fall gut einem Tod entweichen. Ja, und ein bisschen Action geladen war es auf alle Fälle. Der Tod von Kino hat das Ganze auch nochmal ein bisschen aufgeheizt. Vor allem, weil es halt um die Lohn ging und auch um sein Stuff. Weil der hatte sich zu kurz davor ja auch noch das Dierschwert verzaubert. Ist schon blöd, wenn das nicht mal eine Stunde überlebt. Ja, und ich würde sagen, die Mission im Vergleich zu der vorherigen mit den Diamanten auf alle Fälle geglückt. Ja, und an der Stelle war es das auch schon. Und Leute, danke auf alle Fälle fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Da geht es dann wieder dem Hobby, dem Bau nach. Auf alle Fälle bis dahin. Ciao, Leute.